Willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's. Die sind am Frühstücken und die werden jetzt auch frühstücken. Dieses Brot dürfte jetzt mal sein. Eier, um mir rühreigreich zu machen. Erst rühreig. Bis zum Zwinken mitgenommen. Eine Spreit fürs freie Bad. Da nehme ich euch auch mit. Das wäre ein Vlog und ein Schminkvideo. Wir schminken uns zusammen. Wir machen uns gemeinsam fertig. Ich werde heute mit einer Freundin in die Freibad gehen. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit. Es ist so schönes Wetter. Hat so ein süßer kleiner Spiegel. Ja, ich mache mir einen schönen Tag heute. Und es ist wunderschön. Und jetzt machen wir uns schön. Wir schminken uns. Wir sind ja schön. Von Natur aus. Und jetzt mache ich mich fertig mit euch. Und dann werde ich mit meinem E-Bike losdüßen. Ich freue mich total, meine Freundin zu sehen. Eine schöne Zeit mit ihr zu verbringen. Wir werden Bilder miteinander machen. Da freue ich mich total drüber. Das nehme ich für die Lippen. Das darf knallig sein. Ah, ich habe heute ein Nagelstudio. Ich lasse mir heute die Nägel machen. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht erzählt. Da nehme ich euch auch mit. Dann zeige ich, wie die aussehen werden. Da freue ich mich total. Ich habe voll Bock darauf. Meine Lieblingstusche. Geläulich blau. Und das ist wirklich blau. Sieht das richtig? Mit dem Limpern. Richtig toll. Ich freue mich. Ich habe hier noch so einen kleinen süßen Spiegel. Den benutze ich auch ganz gerne. So sieht der fertige Look aus. Dem hier gefällt es sehr, sehr gut. Ihr könnt mir einen lieben Kommentar schreiben, wenn ihr möchtet. Tolle, tolle Palette von Catrice. Ist so schön gemacht. Ich finde das mega. Guter Duft darf nicht fehlen. Gleich gibt es noch ein Bikini-Hole an euch. Das werde ich gleich euch zeigen. Den habe ich hier an. Der ist mit der Schleife. Ich finde das so süß. Dann. Hier diesen Bikini. Da freue ich mich auch den anzuziehen. Tolle Farbe. Meine Lieblingsfarbe. Und dann diese Hose. Ich finde sie mega toll. Ich freue mich so. Es ist endlich mal warm. Dann sowas. Auch ganz toll. So geriffelt. Bikini. Finde ich ganz, ganz toll. Boah. Das da ist auch mega. Das gehört zusammen. Ich finde das so schön. Dann hier so eine ganz coole Unterhose. Das ist auch toll. Das ist auch toll. Und hier. Das ist auch schön mit Blumen. Ich finde es mega schön. Könnt ihr hier schreiben, wer es euch gut gefällt. Ich finde es mega. Hier ist auch so ein toller Bikini. Das dreht man wohl so. Ich werde es euch zeigen, wenn ich es anziehe. Ich zeige es euch. Das aussieht. Die Tasche ist leer. Hier habe ich meine Bikinis drin. Da mache ich die restlichen rein. Ich finde es so schön. Sieht aufgeräumt aus. Das war der kleine Roll an euch. Ah, ich habe noch was. Ich habe noch eine tolle Hose. Die ist mega. Die ist total bequem. Ganz, ganz toll. Die ist mega. Und wieder. Und nicht so schön. Ganz, ganz doll. Die ist mega. Die sind sehr, sehr schön. 제가 nur da vorbeigehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist so schön, es ist so schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018